Ich mag Sie eben, aber ich wüsste zu gern, warum haben Sie diesen Ententanz aufgeführt? Kein Ententanz. Das mit dem Stress ist eine heikle Sache. Er liegt auf der Lauer und dann, bumm, machen die Menschen plötzlich Dinge, die sie sonst niemals tun würden. Schicken Sie mich nicht aufs Abstellgleis. Die Psych Crimes and Crisis Unit. Ihr Einsatzgebiet sind Verbrechen und Krisensituationen, in die mutmaßlich psychisch Gestörte verwickelt sind. Er lässt mich hier nicht weg! Handschellen für Sie! Sie meinen Sie? Was? Wenn's aussieht, als würden wir Sie festnehmen, beruhigt er sich vielleicht. Legen Sie Handschellen an. Nein! Wenn Sie nicht gerade im Einsatz sind, fahren Sie Streife durch die Stadt. Ihre Schutzwesten. Legen wir los. Und? Was wissen wir? Unbekannter Mann betritt das Haus im Morgengrauen durch die Vordertür. Zwei Jungs im Teenie-Alter haben geschlafen. Dem Älteren der beiden, Toby, hat in die Brust gestochen. Und warum sind wir hier? Warum wurde Psych Crimes gerufen? Der Vater kam ins Zimmer und hat diese Glühbirne gefunden. Sie hat in der Brustwunde des Jungen gestochen. Sie hat in der Brust. Hey, stopp! Griffin! Nein! Soll ich Ihnen sagen, warum Sie hier sind? Weil Sie hier in den Abgrund sehen können. Sie geben es bestimmt nicht zu, aber Sie wollen die Gefahr. Weg damit! Nein! Leg dich da hin! Griffin, lass sofort das Messer fallen.